herz willkommen zu war robots und ja ihr seht schon ihr werdet euch vielleicht fragen was ist das für ein hangar und zwar habe ich mein tablet wieder in gang gekriegt und jetzt habe ich hier meinen alten hangar und ich weiß selbst nicht mehr was ich habe weil das ist schon seit drei jahren sage ich mal in anführungszeichen kaputt gewesen jetzt habe ich wieder reparieren können und jetzt werden wir mal jeden fall es lädt alles ein bisschen langsamer aber ich hoffe das ist nicht schlimm na ja sorry so inquisitor er hat irgendwie sogar einen piloten warum auch immer ja den habe ich niemals haben gespart mit teilen ob ich wollte gar nicht auf lackierung ja dann wutchen mit scotch und einen griffen mit vortex afit nicht nice ein doppel orkan ogatka und mein mk2 mit dragoon magnum terren da bin ich ganz besonders stolz drauf weil den gibt es ja nicht mehr ja und natürlich war es das noch nicht wie wer ich gucke auch was ich so für waffen habe und andere roboter tempest ja zinn das ist nichts besonderes so ist drehbuchet ist jetzt auch ganz schön viel wert trident auch ganz viele tridents und eine fand okay schwere waffen habe ich nicht so viele so es lädt wieder einen kleinen moment so ja magnum leichte waffen meine ich ja ecu gast gast aber lässt norikum geckos erfüllt noch mal magnum magnum pin und panischer moment so mittlere waffen storm 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 okay storms sehr gut terren hydra hydra monot panischer ja ich bin gerade irgendwie voll glücklich dass der account wieder geht weil da steckt wie mühe drin ich habe übrigens auch bei den mercury ja jetzt kommt hier irgendwie ein blödes angebot das ist nicht haben jetzt bin ich einfach drauf gekommen jetzt lädt wieder ewig sorry dafür ja ich heiße hier fresh die warum hat es einen langen ursprung kennt ihr fresh dumbledore ja und da durch dieses videos der name auch zustande gekommen wie ja ich bin manchmal sehr kreativ mit namen da aber das ist jetzt nicht worüber es geht da so und carnage mit zweimal zeus gepaart griffen noch ein carnage ein batch wird hier ist jesse petten gareth und noch ein golem noch ein videos noch ein golem noch ein komio gepaart wird hier ist jesse griffen stalker jesse carnage gareth leo noch mal zwei stalker noch gibt es mal zwei gepaarten noch ein jesse noch ein petten noch ein kossack noch zweimal gareth noch mal sogar ganz alte boa vielleicht gibt es von euch leute die nicht mal den boa kennen sehr alter roboter war damals übelst krass jetzt mittlerweile nicht mehr so gepaart gela hat noch ein videos natasha gareth griffen leo stalker jesse gepaart gepaart gareth bohr natasha ich lese jetzt einfach nicht mehr die namen vor eine rage in ja oh haver krass doch noch eine rage in mein gareth mk2 schütze schütze ist auch sehr alt noch mehr leo na soviel dazu haben ich habe gerade gesagt ich lese nicht alles vor und dann lese wieder alles vor naja wie dem auch sei ja viele neue roboter jetzt werde ich noch euch zeigen wie viele teile ich für den mercury habe vielleicht kann ich mir ihn auch gleich kaufen aber ich dachte ich hatte auch furies und lanslord aber anscheinend nicht ist ja auch egal für spiele ich nicht so gern weil ja gut da zieht schon richtig heftig schaden mit dreimal gut gelapelten drehbuschee aber ja da mercury noch 3000 teile ok habe ich sonst noch was fast frei na hinten sieht es dann nicht mehr so gut 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 ich dachte eben ich hatte auch ein kurs für kurs oder wie auch immer der heißt aber ist ja egal so gut dann ja würde ich mal sagen das war es mit dem video hoffentlich hat es euch gefallen schreibt man die kommentare wir das zeug was ich so habe findet also ich finde es nice vielleicht kommen dann auch mal wieder war robots videos und ja ansonsten lassen like und ein abo da bis zum nächsten mal heute rein ciao